Lili's neuste Idee auf dem Weg zum Internetstar ist ein eigener Koch-Vlog-Kanal. Die Küchenkönigin. Lili ist nicht gerade eine Meisterküchin. Aber wozu muss man kochen können, wenn man das Rezept für perfekte Verhältnisse besitzt? Schauen wir mal, was Lili als erstes zubereitet. Königsklasse Käsekartoffeln. Laut Rezept braucht man drei Teile Kartoffeln auf einen Teil Käse. Die Beziehung zwischen der Kartoffelmenge und der Käsemenge nennt man Verhältnis. Du schreibst es entweder mit Hilfe des Wörtchens zu oder du benutzt einen Doppelpunkt oder einen Bruch. Ganz egal, wie du es aufschreibst, du sagst immer 3 zu 1. Die Bedeutung der Zahlen und ihre Reihenfolge stehen im Rezept. Erst die Kartoffeln, dann der Käse. Macht Lili aber einen Fehler und vertauscht das Verhältnis, erhält sie drei Teile Käse auf einen Teil Kartoffeln. Ein Kartoffel-Käse-Verhältnis von 1 zu 3 gäbe ein komplettes Käse-Chaos. Das ist der Grund, weshalb die Reihenfolge bei Verhältnissen wichtig ist. Es ist genau wie bei Brüchen. Drei Eintel ist etwas anderes als ein Drittel. Okay, das war ein tolles Rezept für Leute, die fettiges Stadion essen mögen. Kommen wir jetzt aber zu etwas Leichterem. Einem Jogi-Beeren-Bananen-Smoothie. Das Rezept verlangt vier Teile Erdbeere auf drei Teile Banane. Aber das Rezept gilt nur für eine Portion. Was muss Lili für mehr als eine Person zusammenmischen? Wir kennen jetzt schon verschiedene Arten, um Verhältnisse aufzuschreiben. Jetzt schauen wir, wie wir unsere Daten mit einer Tabelle ordnen können. Wir wissen, dass wir für jeweils vier Teile Erdbeere drei Teile Banane benötigen. Wie wäre es mit Smoothies für zwei Personen? Wenn wir den Anteil an Erdbeeren verdoppeln, haben wir acht Teile Erdbeere und brauchen dann sechs Teile Banane. Und für drei Personen? Da bekommen wir ein Verhältnis von zwölf Teilen Erdbeere zu neun Teilen Banane. Die Smoothies sind noch immer im perfekten Verhältnis von vier zu drei gemischt. Wenn wir nämlich die Verhältnisse als Brüche schreiben, sind diese Brüche gleich. Zwölf durch neun lässt sich zu vier durch drei kürzen. Kann Lili auch einen Super-Smoothie für ihren Yogakurs mit zehn Teilnehmern mixen? Da brauchen wir wohl einen größeren Mixer. Lilis letztes Rezept ist eines für True Mocca Brownies. Dafür braucht sie drei Teile Karamell auf fünf Teile Schokolade. Dieses Verhältnis können wir noch auf andere Weise darstellen. In einem Kästchendiagramm. Bei diesem Diagramm steht jedes Kästchen für einen Teil der Gesamtmenge. Das hier zeigt das Verhältnis von Karamell zu Schokolade als drei zu fünf. Aber wie können wir mit dem Diagramm Lilis Rezept verdoppeln? Indem wir ganz einfach den Wert jedes Kästchens von eins auf zwei ändern. Jetzt stehen die oberen drei Rechtecke für sechs Teile Karamell und die fünf Rechtecke unten stehen für zehn Teile Schokolade. Nun haben wir das entsprechende Verhältnis von sechs zu zehn. Wenn wir die Verhältnisse als Brüche betrachten, können wir sechs Zehntel zu drei Fünfteln kürzen. Die Verhältnisse sind also gleich. Fassen wir zusammen. Ein Verhältnis beschreibt die Beziehung zwischen zwei Zahlen. Man kann sie mit dem Wörtchen zu aufschreiben, mit einem Doppelpunkt oder als Bruch. Man kann sie auch als Tabellen oder als Kästchendiagramm grafisch darstellen. Nicht vergessen, die Reihenfolge ist bei Verhältnissen wichtig. Zeit für Lili, ihre Brownies einem Geschmackstest zu unterziehen. Hey, Lili, sag deinen Fans doch mal, wie sie schmecken. Guck!